Wenn du zu tot bist, dann hau ab. Ja. Oh, schwarz-weiß. Ich bin gleich wieder tot. Du hast keine Bämchen langer Fange. Dann kommt noch mal einer. Wow. Ja, drei Stück. Vier. Okay. Einfach rennen, oder wie? Ja, ja, hier hinten. Boah, scheiße Falle. F***. F***. Das ist so ein Stressmoment. Vergiss mir das gerne mal. So, ich bin schon komplett schwarz-weiß, gell? Ich sterb fast. Ja. Mit G? Mit G dann? Ich glaube mit C. Aber erst einen und dann ein bisschen warten. Ja. Jetzt. Da steht angezeigt. Ja. Und dann ich hinterher, oder wie? Nein, nein, nein. Achso, ich mach den Nächsten dann. Ja, ja, klar. Jetzt ist schon klar. Ja, ja, ja. Da muss ich quasi so hier rüberschen. Ja, ich hab's kapiert. Ich brauche jetzt so lange das Haus weiter. Okay. Dann könnte man sich aber auch mal was überlegen. Ist das ein Hausboot oder so, oder? Oh. Ich bin tot. Naja, fast. Was, du bist tot. Ne, ich bin runtergefallen von oben. Und er hat sich ein bisschen verletzt. Also. Ähm. Bin nicht tot. Ne. Oh. Jetzt hab ich sie ziemlich knapp hintereinander gesendet. Ja, du musst echt aufpassen. Dann fallen die runter. Und im schlimmsten Fall geht die Seilbahn kaputt. Okay. Ne, das will ich nicht. Nein. Das ist, ähm, Wohngebiet, Wohngebiet, Wohngebiet. Ah, in dem Wald. Wer wohnt da? Ja. Da wohnt. Nein. Da geh ins Ninde und schau ins. Und wer wohnt da? Da geh ins Ninde und schau ins. Aber da ist doch niemand. Dunkel ist schon. Sind die Wände fertig. Das Feuerzeug, äh, das geht ja nie leer, oder? Ne. Da hab ich am Anfang ein bisschen Schiss gehabt. Ja, ja, ja. Da hab ich am Anfang voll Schiss gehabt. Da hab ich gedacht, oh ne, hoffentlich geht das jetzt gleich leer, oder so. Und dann musst du dauernd neu suchen. So, ähm. Ich hab jetzt alle geschickt. Soll ich jetzt selber auch runter, oder gehst du jetzt? Wenn du magst, wenn du magst, klar. Ich weiß, ja, weißt du, was kann man denn machen? Wir müssen jetzt eh gleich wieder schlafen und dann müssen wir halt neues Holz machen. Ja, klar. Ich brauch noch zwei Baumstämme. Oder wenn der, ach ne, das geht auch nicht. Kann man auch mal hier bisschen die Inneneinrichtung sich dann überlegen. Hat er keine Schädel? Ja, dann sollen wir ein paar holen. Schädel. Ja, ja, aber da warten wir, bis es hell ist, weißt? Ja, das stimmt. Wie ich gesagt. Also im Moment ist es ziemlich friedlich da unten, so wie es aussieht. Oh ja, das ändert sich auch schnell. Okay. Was haben die eigentlich gegen uns? Wir haben denen noch gar nichts gemacht. Weil wir ihre ganzen Kumpels abgeschnetzelt haben. Ja gut, das könnte unter anderem schon ein Faktor sein. Ja, möglicherweise könnte das Grund sein. Aber das ist ja auch immer Ansichtssache. Also aus unserer Sicht ist das ja okay. Wie gehe ich da nochmal ins Baumenü? B? Ah ja. Okay, ich baue mal ein Lagerfeuer überall. Nee. Was könnte ich denn bauen? Custom Foundation. Ich will schon was Sinnvolles bauen. Ja, wenn du was bauen willst, dann bist du ruhig hier auf der Insel da. Ja. Brauch mal auf jeden Fall noch Zeug. Ich hab nur gedacht, ich halte hier mal Wache. Ja, das Ding ist, wenn du da im Lager bist und die gesehen greifen sie an, Oh, fuck. Ich bin ja... Oh. Ich hab gleich den falschen... falsche Abfahrt gewählt. Ja, ja. Ganz viel Erfolg. Ich hoffe, dass da keine Sinn. Ja. Oh. Du bist doch schnell wieder zurück, he? Ja, ja. Ich hab geil groß geguckt. Ich will einfach wieder zurück zum Seil laufen. Hab's dann nicht gleich erwischt, aber jetzt ging's. Glaub mir, wenn dir irgendwelche schreienden Typen hinterher laufen, dann wird es noch viel schwieriger, das Seil zu erwischen. Mhm. Aber ich hab Gott sei Dank niemanden schreien gehört. So, jetzt müssen wir gucken. Ja, das führt jetzt zu dir. Ich hab jetzt gar nicht gewusst, dass da nochmal eins ist. Also, dass man da wieder zurück zum Festland kommt. Hallo. Puff. Voll gegen die Wand. Muss das sein? Ja, das hab ich mit Absicht gemacht, weil sonst hängst du da hinten auf der anderen Seite von der Insel. Okay. Ja, gut. Sieh, das hab ich meint vorhin. Also, der Stein und die Treppe ist schon ein bisschen... Ja, da können wir jetzt schon mal was hinbauen. Das war jetzt halt mal. Okay, das ist wirklich so eine Notbehelfsmaßnahme. Das hab ich gemacht, damit man nicht zu viel Holz braucht. Ja, okay. Da können wir nachher schon eine Plattform hinbauen. Eine Veranda. Ja, komm rein. Achso, ja. Vorratskeller. Ja, cool. Ach was. Witzig. Was ist das hier? Ah, Schädel. Schädellampe, oder was? Ja, da brauchen wir noch einen Schädel, ja. Ja, den holen wir uns bald. Keine Fische. Fische müssen wir mal holen. Aber die gehen ja kaputt, oder? Aber das sind keine. Ah, ja, die müssen wir halt irgendwann abnehmen dann. Ja, soll ich da mal holen? Ich hab ja einen Speer. Einfach mal zwei, drei Fische. Oder? Da sind die im Dunkeln weg. Ne, du kannst die ja aus dem Meer glaub schon rausfischen. Das müsste funktionieren. Und immer fleißig dran denken, Steine einsammeln und dann hier in die Mauer setzen. Achso, ja. Kann man ja so nebenher. Wie geht das? Ja, und dann haben wir halt überlegt, hier kann man ja dann so einen Garten noch hinbauen. Das geht ja auch. Finde ich scheiße. Oh, der ist jetzt schon außer Atem. So, Fische. Sind da viele, oder ist das... Oh Gott, ich seh gar nix. Ne, ich glaub das ist keines... Ach, der macht die hier. Ist ja geil. Oleg, ich muss was essen. Ich bin, ich bin fast tot. Gibt's hier was zu essen? Ja, geh doch da rein. Wo? Ah, war da was? Ah, und dann im Keller. Ja, das hast du mitgenommen sogar, oder? Hä? Ne, was? Jetzt gehst du mal da rein und in den Keller. Raw Meat. Edible. Tatsächlich. Ne, ne, ne. Nein, nein, nein. Dann hängt das wieder da unten hin. Aber hier, Raw Fisch? Ne. Ja, hängt den auch wieder da unten rein. Okay. Ich hab da welche hinkriegen. Ja, ich bin am verhungern. Das ist kein Witz. Ja, aber es gibt doch auch getrocknete Zeug, weißt du? Okay. Ähm, auf R? Ne, C? Was ist R? Da? Jetzt hab ich irgendwie einfach was gegessen. Also, der wär sonst gestorben. Also, jetzt brauch ich Wasser, 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 Wasser. Haben wir Wasser irgendwo? Wieder runter. Ja, ja. Ich... Achso, das macht ja nix, wenn ich sterb, oder? Da kannst du mir wieder belegen. Zum Beispiel. Hier gibt's, ähm, muss ich mal gucken, ob hier was drin ist, aber es hat schon lange nicht mal geregnet. Dann muss ich zurück und oben aus. Und da hat keine Sodalosen dabei. Achso, das kann sein. Achso, doch. Ja. Drink. Leere Maus. Ja, okay. Gut. Gut. Was hab ich da noch? Boos? Was ist Boos? Also, Alkohol? Ich kann Schmollys bauen. Ah, okay. Also, kann man die auch trinken? Nein. Also, so wie ein GTA. Wahrscheinlich vergiftest ich dich dann halt. Echt? Mit Alkohol. Sowas. Gut, was hältst du von der Plattform hier? Ist das dann genehm? Ja, auf jeden Fall. Ähm, bisschen größer halt noch alles, oder? Ich mein... Dann kommen wir nach vorne noch ein Trepple hin. Genau. Auf jeden Fall nicht so eine steile Treppe, weil die geht schon... Die ist schon groß. So, ich guck jetzt doch mal, ob ich Fische sehe. Weil ich glaub, das kann man... Ne, das kannst du im Dunkeln echt vergessen. Das ist einfach nur schwarz. Ich muss ja gucken, dass keine Haie kommen, ne? Ach, das gibt's auch. Ich glaub, die rennen auch irgendwo, ne? Ja. Ja gut, dann lass ich das mit den Fischen. Da kannst du ja echt nachts nachts machen, oder? Ja. Also dummen Steine sammeln. Da kannst du nicht schlafen. Aber ihr könnt doch jetzt auch hier schlafen, oder? Ne, weil wir hier kein Bett haben. Ja, dann lass uns mal ein Bett bauen, dass wir hier einfach übernachten können. Oder? Ja, ich hatte jetzt halt eigentlich gedacht, da bauen wir hier auf das Haus noch eine Story oben drauf und machen da die Betten hin, weißt du? Okay, ja. Das geht auch. Ich mein, man kann ja einfach rüberfahren. Also kann man bereits gebaute Elemente irgendwie verschieben, oder so? Glaub nicht. Ach so, okay. Ich hab jetzt halt gerade gedacht, man kann sich einfach mal zwei Betten irgendwie hinstellen. Aber wenn das nicht geht, dann... Ich überlege gerade, das wäre eigentlich auch eine gute Idee, deinem Bruder zu engagieren. Den wir hier einfach abstellen, irgendwelche Waffen geben und sagen, geh Zombies jagen. Dann kann der uns schon mal einfach beschützen. Weißt du? Das wäre ja nix, da denn sowas zu bauen und irgendwie... Der wird sich einfach in den Wald jetzt quasi begeben und wir dann einfach alles tot rushen. Mal sagen, wir gehen die Runde pennen. Jo. Ich brauche Drogen, jeden Tag. Ich brauche Drogen, so viel ich mag. Ich brauche Drogen, jeden Tag. Ich brauche Drogen, dann geht's mir gut. Ich brauche Drogen, jeden Tag. Ich brauche Drogen, dann fliegt mein Hut. Also ich glaube, hier muss man sich relativ schnell den Steg hoch verziehen. Okay. Dass der dann nicht auf dumme Gedanken kommt. Waren die eigentlich mal hier drüben irgendwo? Also haben sie es mal geschafft auf den Steg? Ja. Ja, ja. Einer war ja schon, aber der ist oben rum gekommen, der Dicke. Ja, okay. So, mal gucken, ob mir jemand gefolgt ist. Du kannst übrigens auch... Ja? Kannst übrigens auch hier aus dem Beet die Blaubeeren fressen, das geht auch. Ja. Welches Beet? Ja, komm mal rein, dann machen wir Licht. Komm rein hier! Achso, es wird eh schon wieder hell, oder? Ich komm rein. Stimmt. Ja, es wird hell. Ohne Witz. Komm, lass uns weitermachen. Guck mal hier. Du Penner. Jetzt hier stehe ich lockt auf. Ne, jetzt habe ich sie lockt. Die sind auch super, weil die gleichzeitig noch keinen Durst stillen. Ah, das ist natürlich cool. Wo? Ich bin drin. Achso, jetzt bin ich unten. Ach, Mann. Das Haus... Ne, das ist hier hinterm Haus, das Beet. Ah, okay. Diese Tür? Und da muss man sich ducken, oder was? Ja, da kommt man schon irgendwie raus. Ich hab's vorhin echt... Also oft versucht. Ah, das geht schon irgendwie. Ne, aber dann bleibt da immer... Ah, ja. Okay, ich nehm die andere. So, Blumenbeet. Hier. Ja. Die kann ich alle essen, oder? Ne, da... Ja, ja, die haben wir hier anpflanzt. Die kann schon wunderbar manpfen. Äh, wo...? Hier unten. Ja, ja, Gott. Ach da. Ja, ja, ja. So, dann schauen wir mal, was die Mongols da drüben machen. Wachsen die einfach nach, oder muss man da welche übrig lassen? Die wachsen nach. Ja, okay. Du kannst alle essen. Ja, gut. Du kannst komplett mampfen. Das macht schon Sinn, dass man sich komplett auflädt. 100%. So, gehst du jetzt rüber? Ich bleib hier. Oder wie? Ja, du kannst auch ruhig herkommen, wenn dich traust. Ja. Auf Zweitholz machen. Ja, klar, gern. Dann geht's schneller und einer kann immer ein bisschen nach hinten. Ja, natürlich, sonst spart ich da ja. Ach so, ja gut, aber die muss man ja dann irgendwann auch schicken. Aber, naja. Ich bin immer fleißig auch Stöcke einzunehmen, wenn du hier schon dagegen bist. Oh, da ist schon einer. Stöcke. Oh. Ich sehe dich. Oh, zwei. Können wir uns nicht wehren dann, oder? Doch. Genau, mit dem Stecken, das ist gut. Was besser, das habe ich gerade. Genau, ich wollte... Ach so, kann man auch. Friendly Fire. Ah ja, ja, okay. Falls du, ähm, zu tot bist, dann hau ab. Ja. Ein Vogel? Boah, die halten schon viel aus, ey. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Und dann musst du aber noch Kot machen, wenn er am Boden ist. Ah. Jetzt. Ja. Jetzt schon weg? Ach du hast ihn schon geholt. Jetzt haben wir aber Schädel, oder? Nee, der hat irgendwie keinen verloren. Ach so. Wo ist der Andro? Ja. Und in der Falle hängt da auch noch einer. Ach geil. Da brauch ich nämlich ein Stecken, um die wieder aufzuspannen. Oh, ups. Der wird in die Falle laufen. Ah, ja, ja. Weil die ist. Aber lass mich das mal machen. Ich glaub mal. Gucken. Also. Oh. Hm. Also nicht über diese Zacken ganz rechts von der Mauer. Macht's nicht... Macht's mal nicht Sinn, diese Mauer erstmal fertig zu bauen hier? Ach. Oh, da brüllt jemand da. Ich baue mal die Mauer fertig. Aber soll ich dir helfen? Ich komm mal mit dem Wagen halt nicht mal durch. Ach so. Ja gut. Okay. Alles klar. Habe ich schon nicht gewusst. Soll ich den einfach nehmen? Oh, wo ist er? Ja. Das klingt größer. Wow. Fuck. Da kommt nochmal einer. Wow. Oh, weg. Drück zu, drück zu, drück zu. Ja, drei Stück. Vier. Okay. Einfach rennen, oder wie? Ja, ja. Hier hinten. Wow. Scheiße, Falle. Fuck. Äh. So einen Stressmoment. Vergissen wir das gern mal. So, ich bin schon komplett schwarz-weiß, gell? Ich sterb fast. So, äh, meine Frage jetzt. Warum machen wir Holz nicht da drüben? Wo drüben? Also hier, wo ich jetzt bin. Kann man da keine Baumstämme mehr? Oder habt ihr nachwachsend aus? Ja. Naja, das ist... Vielleicht sollte man das mal anstellen, weil das ist ja blöd, wenn man da beim Holzmachen noch aufpassen muss. Meinst du, das soll man einfach mal umstellen? Denn die wachsen ja nicht alle 100% sofort auf der Stelle nach. Oder? Ja, ich mein, so ist halt schon irgendwie... Oh, da kommt er wieder. Komm, Karle. Äh, ich mach hier jetzt einmal Holz. Ja, aber nicht die, ähm, ähm, am Fluss bitte am Bach abholzen. Oder wenn er extra drum gebeten lässt, die da... Äh... Schon. Achso, äh, an dem Teich, ja, da hab ich jetzt einen leider gefällt. Scheiße. Was ist, soll ich kommen? Nee, nee, nee. Ja, doch, vielleicht, ja, mach mal. Der hat mich erwischt. Du bist tot. Scheiße. Wie, äh, belebe ich wieder? Kannst du ein Stück wiederbeleben? Ja, weiß nicht, wie das geht. Einfach hingehen und eh drücken. Okay, eh gedrückt halten, oder? Ja. Aber ich hab nicht mehr so viel Zeit, dass, äh, da läuft so ein Korn da an. Und ich lieg da irgendwo halt mit dem Berg runter. Ja, ich renn halt, ja. Äh, wo ist denn dein... wo bist denn du? Der Name steht nämlich da. Doch, ich bin den Berg runter und ich seh ich da. Siehst du mich? Jetzt geh mal da in Richtung... Ja, ich hör dich. Ich kann nicht... Ah, ja, 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 jetzt. Oh, oh! Oh! Fuck! Ich bin, ich bin tot. Ich bin fast tot. Ich bin tot! Ich bin tot! Hey, da wird ein Todenkopf angezeigt. Ja. Ich bin runtergefallen. Ich bin zu eik. Also, ich wollte halt zu dir hinspringen. Wir haben dann gesehen, oh, da geht's 15 Meter runter. Ähm... Ja, jetzt müssen wir halt wieder den Rucksack wiederholen. Der liegt ja gleich am Säck. Ja, aber die, die, die... Das, was wir gebaut haben, ist noch da, oder? Also... Ja, ja, klar. Ach, okay. Puh. Ha, Stress. Also... Prestige to restart. Tja, They Survived 2, das war... ...nicht so gut. Bei mir waren es bisschen mehr. 26, 26. Oh, übrigens hier ist schon der nächste Typ. Lass uns abschlachten kommen. Wir haben doch überhaupt nichts dabei. Ich hab Angst! Das war mein Stier. Ah! Guck! Ey, das war voll leicht. Wie... Du musst einfach mit der Axt auf die draufhalten. Bist du schon wieder tot? Da wird ein Totenkopf angezeigt. Ja. Das ist ja wohl mega einfach. Hä? Da wird halt bei mir ein Totenkopf angezeigt. Oh, oh. Der Totenkopf heißt, da liegt deine Leiche. Ach so, ja. Mit deinem Rucksack. Man kann sich doch ducken, oder? Ah! Fuck! Alter! Ich duck mich da und der kommt trotzdem. Mann! Oh, schwarz-weiß. Ich bin gleich wieder tot. Du hast gerne beim Schlangenfangen. Ich hab gedacht, ich sehe einem nicht, wenn man sich duckt. Doch, jetzt geht er weg. Nein, nein, nein. Doch, klar. Nur wenn du halt direkt daneben stehst, dann zieht er dich schon. Okay. Ach so, ich hab gedacht, das gilt halt immer. Vielleicht kann ich ihm die Falle locken. Oh, Buß. Okay, jetzt ist er ganz tot. Ich hab's fast geschafft. Du bist ein Loser. Du bist ein Loser. Oh, wie das so ein Prex-Eichernlepp. Du sollst nicht immer die Tür vorne zumachen. Das ist halt echt ein bisschen blöd mit dem... Also, dass man... Hä? Dass man das so schnell... Ah, jetzt kommt wieder einer, weißt du? Toll. Ja, komm, bring mich um. Ja. Ah, jetzt findest scheiße. Also... Du musst ja nur durchrennen. Ey, das geht nicht. Der rennt nicht. Muss schon irgendwie gehen. Ja, ich find das irgendwie doof. Ich will ihn ja bekämpfen. Nein, jetzt sind direkt vier Stück da. Ich kann überhaupt nicht. Ich hab null Konditionen, das ist mein Problem. Alles blinkt rot. Ich hab... Ich bin hungrig. Ich hab kein... Ah, ich hab... Ach so, ja. Boah, das sind acht, neun Stück. Und ich kann nicht sprinten. Ich... Ich... Ja, ne. Bleib da, wo du bist. Das ist okay. Ich... Ich renne hier... Also, ich laufe quasi zurück. Und mir... Boah. Jetzt schon wieder alles schwarz-weiß. Ich hab's gleich geschafft. Ich bin gleich am Seil. Nein. Und jetzt ist er tot. Ah ja, komm. Mhm. Mhm. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020